Wie geht es Ihnen heute? Gibt es etwas, das wir für Sie tun können? Haben Sie genug zu essen und zu trinken bekommen? Haben Sie Ihre Medikamente heute schon eingenommen? Haben Sie Probleme oder Fragen zur Verwendung Ihrer Hilfsmittel? Haben Sie Schmerzen oder Beschwerden? Wenn ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark sind die Schmerzen? Wie haben Sie geschlafen? Haben Sie Schwierigkeiten, einzuschlafen oder durchzuschlafen? Haben Sie irgendwelche Sorgen oder Ängste, über die Sie sprechen möchten? Haben Sie Schmerzen? Sollen wir etwas dagegen tun? Gibt es etwas, das ich für Sie erledigen kann? Haben Sie noch Fragen oder Anliegen, die wir besprechen sollten? Auf Wiedersehen! ENDG Vielen Dank.